ein wunderschönes hallo wieder von meiner seite hier ist micha und es geht weiter in unserem fifa let's play the journey nach unserem sichtungslehrgang auf geht's der agent ist hier jim was für ein jammer dass die spieler waren bevor das geld der tv sender floss für spieler wie sie könnte ich prima deals rausschlagen ja klar uns ging es nicht ums geld natürlich nicht publikumsliebling bodenständig und so zeichnen sie ich entwerfe naja früher ich würde gern wieder damit anfangen ist lange her da ist er ja mein lieblings klient mr taylor schön sie zu sehen bitte sagen sie michael okay was für einen höflichen jungen mann sie erzogen haben missus hunter kathleen bitte kommen sie sagen sie was denn nachdem du bei mir unterschrieben hast habe ich die fühle ausgestreckt offenbar hast du viele ganz schön beeindruckt sie haben ein angebot mehrere echt jetzt ich habe seit jahren keinen kern mehr aus den sichtungslehrgang gesehen der für so viel furore gesorgt hat junge spieler wie du sind gold wert alex jedes team in der liga reist sich um deine unterschrift nach der leistung die du gezeigt hast auf meinem schreibtisch liegen stapelweise angebote lass uns jetzt nur nichts überstürzen okay die top teams bieten dir etwas mehr geld an aber du würdest natürlich auch seltener spielen doch nur durch viel praxiserfahrung wird aus dir ein guter spieler also lass dir zeit okay ist eine wichtige entscheidung ja und wie man sieht haben wir von allen vereinen in der premier league einen vertrag wir können uns jetzt hier ein aussuchen den wir haben wollen da ich keine kommentare gelesen habe und ich schon davor gesagt hat liverpool ist so mein lieblings englischer club würde ich mal sagen wir unterzeichnen bei kloppy viel spaß familientradition es gibt also doch noch romantiker ich mache mich an die arbeit und erledige die papiere das hast du verdient der stolzeste tag meines lebens du bei meinem fußballklub ich werde allen zeigen wozu ein hunter fähig ist und es wird noch besser junger mann scheint als hättest du und dein freund garis denselben geschmack bei der auswahl eures teams recht jetzt das ist wunderbar ja Ja, das war's. Ja, und wie man hier sieht, wir haben wieder einen Trainingstag. Heutiger Schwerpunkt ist defensiv. Wir haben ein paar Social Network-Dinger. Ich gehe da durch. Wer die lesen möchte, kann ja auch das Video hier kurz stoppen und dementsprechend die Kommentare hier lesen. Auf jeden Fall geht's weiter mit unserem Trainingstag und bis gleich. Warte, ist das... Hat der mir zugemägt? Das galt mir. Schon klar. Hunter, Walker, los, kommt's. Trainer? Na, ihr habt euch wohl schon umgeschaut. Ein bisschen anders als erwartet, hm? Der Trainer zum Beispiel erwartet nicht, dass er für euch den roten Teppich ausrollt oder euch fragt, wie es vorangeht. Der hat Besseres zu tun, als mit Youngstern zu reden. Gewöhnt euch daher gleich an mich. Ihr seid jetzt bei den ganz Großen. Da müsst ihr auch mehr bringen. Ich kann's kaum erwarten, Mr. Butler. Tausend Prozent. Mein Tipp an euch, Jungs. Strengt euch beim Kennenlernen eurer Teamkollegen genauso an wie im Training. Verschiedene Persönlichkeiten sind hier im Team mit großen Egos. Wenn wir Erfolg haben wollen in der Premier League, muss die Chemie stimmen. Elf Einzelspieler bringen uns nicht weiter da draußen. Schön, legt los. Trainings beginnen 15 Minuten. Und dann will ich, dass ihr nicht mehr wie ein Haufen Boyband-Deppen auf meinem Rasen rumlauft. Es gibt nur eine One Direction hier für euch, und zwar die in den Umkleideraum. Wir werden alles geben, Mr. Butler. 14 Minuten. Wir sehen doch gut aus. Wir sehen doch gut aus. Ich find's okay. Schön, wie ihr alle wisst, haben wir heute zwei neue Jungs bei uns, Alex Hunter und Gareth Walker. Das heißt aber nicht, dass der Rest von euch schon Zeit hat. Ich will zweier Gruppen, eins gegen eins. Gallo, du nimmst Hunter. Bernard, du nimmst Walker. Mal sehen, was die Neuen traugen. Das ist Lili, ich bin Toro. Welcher von euch ist Hunter? Ich. Bereit für eine Lektion? Möge der Bessere gewinnen. Kein Problem. Männer gegen Jungs. Komm schon, Lehrer. Zeigen wir's Ihnen. Gentleman, wie wär's heute mit einer Runde Intensivtraining? Schön, dann legen wir los. Wie wir jetzt sehen, sehen wir auch gleich unsere heutigen zwei Trainingseinheiten. Einmal Verteidigungsgrundlagen und einmal Tempo-Dribbling. Meine Güte, meine Zunge. Ja, dann lass uns mit dem Training starten. Hier wird noch einmal erklärt, wie das so funktioniert mit dem Training und wir werden mal versuchen, das Beste rauszuholen. Und los geht's. Da haben wir die ersten 1000 Punkte. Da haben wir die zweiten 1000 Punkte und da, ja, die dritten 1000 Punkte. Und da haben wir die nächsten Punkte. Da haben wir. Wir sind schon bei Exzellent. Oh, kaum gucke ich einmal nach da oben, läuft er an mir vorbei und der nächste läuft auch noch an mir vorbei. Jetzt aber. Aufgabe mit Exzellent abgeschlossen. Weiter geht's. Und zwar mit Tempo-Dribbling. Tempo-Dribbling. Meine Güte. So schwer ist das Wort doch nicht. Hier geht es darum, schnell durch diesen Parcours zu rennen. Am besten viele Punkte machen. Jetzt und abschließen. Auch wenn wir nicht getroffen haben, sind wir bei Exzellent. Und damit geht's weiter. Ja, wie wir gerade gesehen haben, haben uns die Trainingseinheiten ein paar Punkte nach oben gegeben. Umso besser man die Trainingseinheiten abschließt, umso mehr Punkte gibt es und umso stärker werden wir. Eigentlich werden wir schneller stärker, aber ist ja egal. Und weiter geht's. Hier sehen wir, wir stehen bei den Auswechselspielern. Also keine Reservespieler, sondern schon Auswechselspieler. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und vergesst nicht, wollt ihr ins Team, müsst ihr alles geben. Immer wenn ihr dieses Trainingsfeld betretet. Und vor allem, wenn ihr mit auf Vorsaisontour wollt. Ab unter die Dusche. Ja, wie wir gerade vielleicht gemerkt habt, wir scheinen so der Liebling auch von diesem Trainer zu sein. Er hat nur mit uns gesprochen, gar nicht mit Gareth. Was da wo los ist, ich habe keine Ahnung. Und ich würde sagen, wir sind jetzt gleich bei 11 Minuten. Wenn ich jetzt auf Weiter klicke, glaube ich, wird das zu lange dauern für dieses Video. Deswegen machen wir hier einen Cut. Wir sehen uns demnächst wieder. und ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.